Mike Lingenfelder in Tel Aviv, der deutsche Außenminister ist also in der Region. Welchen Stellenwert hat sein Besuch? Was kann er erreichen? Ja, im internationalen Konzert mahnender Stimmen ist die Deutsche natürlich schon eine gewichtige. Und Heiko Maas hat auch exzellente Beziehungen zu seinem Counterpart, dem Außenminister hier in Israel. Aber es ist nicht die entscheidende Stimme. Wenn es um harte Entscheidungen im Nordkonflikt geht, wie in dieser Lage, dann sitzen die USA mit am Verhandlungstisch hinter den Kulissen. Sie sind der wichtigste Partner Israels und der einflussreichste. Und bei den Palästinensern, da sind es die Ägypter, die direkt mit der Hamas verhandeln können und das in diesen Tagen immer wieder auch tun. Und dann kommt eben lange nichts nach den Amerikanern. Die EU und Russland vielleicht sind dann die nächsten Player. Und die EU spricht häufig nicht mit einheitlicher Stimme. Aber wie gesagt, die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland sind gut. Und die Worte, die bleiben hier natürlich nicht ungehört. Was sie dann bewirken, das ist, glaube ich, eher nachrangig. Und auf der palästinensischen Seite auch noch erwähnenswert, hat Heiko Maas natürlich noch eine Riesenherausforderung. Denn die sind nicht einheitlich. Die sprechen auch nicht mit einer Stimme, sondern sind gespalten in das Westjordanland, wo Präsident Abbas regiert, der heute sich mit Heiko Maas zusammensetzt. Und dann in einem ganz anderen Gebiet, im Gazastreifen, die radikal-islamische Hamas, die dort herrscht und sich von Präsident Abbas im Westjordanland überhaupt nichts erzählen lässt. Das heißt, Heiko Maas' Gespräche heute Abend mit Präsident Abbas sind ein bisschen am falschen Ort, zur richtigen Zeit. Dort kann er sehr wenig bewegen. Das Einzige, was er tun kann, und da gibt es überhaupt keinen Zweifel, das ist die Entwicklungshilfe und die humanitäre Hilfe, die von Deutschland und der EU geleistet wird und die er als Außenminister auch mit zu verantworten hat. Und da ist Deutschland und die EU sicherlich mit Abstand der wichtigste Partner und Player in dieser Region. Ja, also Deutschland, Heiko Maas, hier mit flankierenden Maßnahmen, ein Besuch, der das internationale Konzert oder die Bemühungen eben begleitet. Diese Gespräche über eine Waffenruhe, die sollen ja schon eine ganze Zeit lang geführt werden. Jetzt sieht es so aus, als könnte es tatsächlich demnächst zu etwas kommen. Was genau macht das so kompliziert? Ja, einmal wieder, dass insgesamt die Palästinenser eben auch keine einheitliche Größe sind, mit der man sich an den Verhandlungstisch setzen kann, sondern wir eben jetzt in dieser Phase des Konfliktes die Hamas, eine radikal-islamische Organisation im Gazastreifen haben, mit der Deutschland überhaupt keine diplomatischen Beziehungen hält. Also Heiko Maas kann offiziell überhaupt nicht direkt mit der Hamas verhandeln. Das geht dann immer nur indirekt über Vermittler, in diesem Falle Geheimdienstleute aus Ägypten. Das macht die Sache nicht leichter und bei Israel gibt es auch begrenzten Einfluss. Wir haben es gerade erwähnt. Das sind mal die komplizierten Ausgangslagen. Aber es zeichnet sich, Sie haben es angedeutet, im Moment dem Vernehmen nach, unbestätigten Quellen nach, Medienberichten nach, ein bisschen Hoffnung ab. Also die Hamas signalisiert seit ein, zwei Tagen Bereitschaft für eine Waffenruhe. Und ganz aktuell, israelische Medien beziehen sich auf den arabischen Sender Al Jazeera aus Katar, der vermeldet, dass angeblich jetzt auch Israel bereit sei für eine Waffenruhe. Das ist also wirklich ein ganz neuer Stand. Aber wir müssen ihn sehr vorsichtig formulieren, weil eben nichts bestätigt ist und wir uns auf andere Medienquellen beziehen. Und dann schauen wir weiter in die Region. An dieser Stelle herzlichen Dank, Mike Lingen-Felser nach Tel Aviv. Gerne.